zentrale aufnahmestelle für flüchtlinge in stendai heißt jetzt landesaufnahmeeinrichtung lai haben sich ja mal wieder eine vollkommen neue abkürzung einfallen lassen es tut sich nichts schönes großes schild haben sie hingestellt vor vier wochen habe ich das letzte mal gefilmt hat sich noch nichts getan die gebäude sehen immer noch aus als ob eine bombe eingeschlagen hätte ja mal gespannt wie es weitergeht ich wünsche der olle general oberst baumgarten wurde im grab rotieren wenn er wüsste was er mit seinen schönen stabsgebäuden vom grenzkommando nord gemacht haben